Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf Live-Radio mit Dominik Süß. Wir haben was Besonderes diese Woche, nämlich die Kartoffelwoche oder Erdüpfelwoche, wie sie es lieber haben. Heute hört ihr, wie ihr die perfekte Kartoffelsuppe hinkriegt. Wie immer bei jeder Suppe Zwiebel und Kartoffeln fein würfeln und das schwitze ich dann einmal in Öl in einen Topf an. Da kann ich schon ein bisschen dazu würzen, dann mit Weißwein ablöschen und dann aufgisten. Im Normalfall kann ich es mit Wasser machen, noch besser als natürlich meine kleine Rindsuppe nehmen oder einen kräftigen Gemüsefahrer, dann hat das schon mal einen Grundgeschmack. Und dann kann ich auch zum Beispiel gleich Majoran, wenn ich habe, dazugeben und das lasse ich dann einfach mal weich kochen. Man kann zum Beispiel jetzt auch Speck dazugeben, schon bei dem Mitrüsten, weil das einfach ein geiler Geschmack ist. Oder wenn dir so ein Speck-Schworten überbleibt, schmeiß einfach mit rein, weil der Geschmack ist trotzdem da und das schmeckt voll, voll gut. Das ist dann nachher einfach wieder raus. Wir rennen immer das Wasser zusammen bei unseren Interviews, das ist furchtbar. Genau, wenn es dann ein bisschen gekocht hat, dann mixe ich das ordentlich her mit einem kräftigen Mixer, dass es wirklich voll, voll fein und sämig wird. So mag ich das gerne. Und dann tue ich noch fertig würzen. Ich schaue gerne ein bisschen Obas oder Butter dann rein oder zu. Salz, Pfeffer, Spurmuskel, Spurkümmel kann ich gerne reingeben. Dann ist das schon pipifein. Und wenn euch das pipifeine Rezept ein bisschen schnell gegangen ist, gibt es zum Nachhören auf liveradio.at. Extra scharf mit Süß. Kochtipps auf liveradio mit Dominik Süß.